Hallo, liebe Grüße aus Paraguay, genau, Paraguay Live. Ich bin der Pit und lasse euch ganz, ganz herzlich grüßen aus Paraguay. Heute neue Themen, also bleibt dran. Ganz kurzes Video heute. Ich bin wirklich noch ein bisschen müde von der Reise, aber gut angekommen. Wie gesagt, also bei dem schönen Wetter kann, wie gesagt, nichts anderes sein als Paraguay, nicht Polen, nicht Deutschland. In Spanien gab es zwar wirklich ein tolles Wetter, aber nicht so schön und vor allem nicht so warm, wie hier in Paraguay. Vielen, vielen Dank an euch alle für die Riesenanfrage. Also in den Wochen oder Monaten, wo ich mich live habe, habe hier wirklich jede Menge Fragen gestellt. Ich freue mich, weil, warum? Ja, man wird wiederum Themen haben für neue Video. Also heute beantwortet euch eine ganz kurze Frage. Viele von euch haben auch Fragen gestellt bezüglich der Einwanderung. Klar, das ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst seid ihr natürlich nicht in Paraguay. Also das ist schon mal wichtig, dass man sich erkundigen muss und sollte, wie man einwanderung. Und dazu gebe ich euch, na, zwei Tipps zumindest, beziehungsweise beantworte eure Fragen. Also bleibt dran. Also bezüglich der Einwanderung. Ich habe schon Videos drüber gedreht, gemacht. Ihr fragt aber immer wieder als Neue, wie ist es eigentlich, wie sind die Vorschriften, wer muss überhaupt dabei sein? Und das ist also wirklich eine sehr gute Frage. Die Vorschriften haben sich insofern verändert. Früher konnte man auch auf jeden Fall eine Vollmacht hinterlassen und wirjenigen, beispielsweise Ehepartner, Sohn, Mutter, Vater, wie auch immer, konnten unter gewissen Umständen die Einwanderungsvorschriften erfüllen, beziehungsweise auch die permanente, also die Aufenthaltsgenehmigung für euch beantragen. Dieses Jahr, beziehungsweise schon im letzten Jahr, hat sich da einiges geändert. Um konkret jetzt die Frage zu beantworten. Wer muss dabei sein, um die Aufenthaltsgenehmigung, also die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu beantworten? Und die Antwort ist, alle. Ja, alle. Also um es auf legale Art und Weise zu machen, brauchen wir euch alle hier im Paraguay. Das heißt also Mann und Frau, Kinder, auch Babys, kein Problem. Brüder, Schwester, Omas, Opas, also alle, die einen Aufenthaltsgenehmigung beantragen möchten, hier im Paraguay, müssen vor Ort sein. Ja, es geht unter anderem um Fingerabdrücke und andere Sachen, die man halt persönlich erledigen muss. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte die Frage schon mal antworten. Und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video, da bin ich ein bisschen ausgeruht und mich auf den Pool. Sorry, aber bei dem schönen Wetter konnte ich mir das einfach nicht entgehen lassen, okay? Also nochmal vielen Dank, hier links wie immer verlinke ich die neuen Videos und bitte vergiss nicht, like nach oben. Und diejenigen, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, auf jeden Fall abonnieren und damit ihr die nächsten neue und interessanten Videos nicht vergisst und nicht verpasst. Okay, also in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video und vielleicht sehen wir uns im Paraguay.